Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 16.10.2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 225. Heute und die ganze Woche wieder für euch mit dabei ist der Martin Pockipsi-Rechtsteiner. Und ich habe die folgenden Themen für euch mit dabei. Thread-Free, SMS, Surface Phone, Fluent Design, Abwärtskompatibilität, Universal App Update, OneNote Bildung neu programmiert, Apple Pay Cash und Irland. Beginnen wir doch gleich mal ganz oben. Und das ist bei Thread-Free. Thread-Free, wie man es auch immer ausspricht, das smarte Licht aus dem Hause Ikea. Das ist eben nicht ganz so smart, wie man es gehofft hätte. Auf August, respektive Herbst, wurde angekündigt, dass das Apple HomeKit und Alexa kompatibel wird. Und das durfte leider nochmals ein bisschen zurückgerudert werden. Und wie es scheint, kann der neue Termin auch wieder nicht eingehalten werden. Sehr, sehr schade, aber ja, Technik halt. Jetzt hoffe ich doch, dass das die Leute bei Ikea doch dann beim dritten Anlauf hinkriegen. Wäre doch richtig schön, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter und zwar zur SMS. Ich mag es ja, wenn man mit mir kommuniziert, wenn man die Mail oder SMS, respektive iMessage nutzt. Wire geht noch, aber alles darüber hinaus, ja, nicht mein Favorit. Und ja, jetzt wurden wieder mal ein bisschen Zahlen zusammengestellt. Genauer gesagt vom Tagesanzeiger. Interessanterweise, das SMS-Geschäft boomte ja in den Jahren vor dem iPhone, Smartphone generell. Und hat dann auch noch während der iPhone-Zeit zugenommen bis circa 2010. ging dann wieder zurück und ist mittlerweile wieder auf irgendwie 300 Millionen in die, im Schweizer, ähm, wie sagt man, im Schweizer, ähm, Schweizerland. In der Schweiz zumindest diese Zahlen. So zusammengetragen vom Swisscom, also von der Swisscom, vom Provider Swisscom. Spannende Zahlen, ähm, ja, ich hoffe, dass die SMS uns noch lange erhalten bleibt. Auch wenn sie immer mir ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Dann gehen wir gleich, wenn wir schon beim Telefon sind, über zu einem Telefon, das wenigstens eine SMS-App hatte. Sonst nicht viele, aber für SMSen gab es eine. Nee, Spass beiseite. Achim hat das letzte Woche erzählt, Surface, oder besser gesagt, das Windows-Mobile, Windows-Phone-Geschichte soll ja tot sein irgendwie. Zumindest so gewisse Gerüchte und oder Aussagen von irgendwelchen Managern aus dem Hause Microsoft. Jetzt gibt es das Gerücht von, und über besser gesagt HP, denn die haben ja das tolle HP Elite X3 vorgestellt. Damals ein sehr tolles Smartphone, was ich nie ein Update bekommen habe. Langsam, zumindest wenn man den Gerüchten so ein bisschen folgt, könnte das Sinn machen, denn HP soll an der Arbeit sein für das Surface-Phone. Das heißt ja schon lange. Das soll dann nicht mit Windows-Mobile etc. rauskommen, sondern unter dem Windows-Core OS. Das, was Microsoft hier schon länger davon spricht, das Ganze ein bisschen modular aufzustellen. Wäre spannend, wenn das kommt. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Wir gehen weiter im Thema Microsoft und gehen im Bereich Design. Mit dem Windows-Fall-Creators-Update kam ja ein bisschen mehr dieses Fluent-Design mit rein. Wer nicht weiß, was das ist, wir haben in den Shownotes auf daily.geektalk.ch einen Link hinterlegt, wo ihr euch ein Video dazu anschauen könnt. Vor allem auch mit gewissen neuen Dingen, die da mit einfließen. Wir bleiben gleich noch bei Microsoft. An der E3 wurde von Microsoft versprochen, dass einige Titel abwärtskompatibel ausgeliefert werden. Sprich die Xbox One, dass man da Titel von 360 spielen kann etc. Das Ganze soll jetzt doch noch 2017 kommen, also wie versprochen. Daumen drücken und ich freue mich schon drauf, wenn ich meine alten Spiele wieder spielen kann. Und wie ich gerade sehe, nochmal Microsoft. Spotify. Die und Microsoft kooperieren ja im Bereich Musik-Streaming. Und nachdem das Anfang Jahr die Spotify-App aus dem Mobile-Store rausgeflogen ist bei Microsoft, soll das Ganze jetzt als Universal-App kommen. Aber die Universal-App zumindest für die HoloLens. Ich hoffe doch, dass die dann auch auf all den anderen Devices läuft. Würde auch Sinn machen. Dann gibt es im TheWinduck.com-Blog einige Details zum neuen Windows 10 Fall Creators Update. So rum muss ich sagen. Da sind Themen drin wie die Shell, also die Windows-Shell, die Neueinzug hält. Da sind Themen drin wie verbesserte Suchen nach Personen und Bildern etc. Es gibt eine MyPeople-Geschichte etc. Spannende Dinge. Ich muss mein Update-Mechanismus anschneißen. Schau ganz danach aus. Wir gehen über auf die Richtung Android. Bleiben aber bei Microsoft. Sprich bei OneNote. Denn OneNote auf Android hat ein großes Update bekommen. Einige Features nachgeliefert. Für mich das Wichtigste daran ist sicherlich, dass sie die Touch-Entsperrung, die Fingerabdrucksperre-Entfernung, sofern das die Hardware eures Smartphones unterstützt, jetzt auch unterstützen. Sehr toll. Kann ich nur begrüssen. Dann geht's rüber zu Apple. Da gibt's den Steve Wozniak, der ehemalige Mitgründer von Apple, Apple Computer damals noch, hat jetzt eine Lernplattform gestartet, eine eigene Lernplattform. Denn es gilt darum, Bildung auch an Leute zu bringen, die nicht ganz so viel Geld haben. Eine sehr, sehr gute Idee, wie ich finde. Was ihr da genau lernen könnt und so weiter, lest nach bei uns in den Shownotes. Ja, Apple Pay Cash. Die Geschichte, die am WWDC diesen Jahres vorgestellt wurde. Sprich das Überweisen via Apple Pay von einer Person zur anderen über iMessage etc. Das soll nächstens kommen. Dürfte man zumindest hoffen, wo genau das starten wird. Sicherlich in den Staaten, aber ob auch bei uns so schnell, werden wir sehen. Auf jeden Fall in der neuesten Beta von iOS 11 können Apple eigene Mitarbeiter das Ganze schon mal ausführlich. Wir bleiben gerade bei Apple, denn die haben jetzt nach über zwei Jahren endlich die Bewilligung bekommen, in Irland ein Datenzentrum zu errichten. Besonders wichtig, dass die Daten hier in Europa sind, ist das natürlich für Apple und ein guter Standort auch, steuertechnisch etc. Von dem her gesehen. Gratuliere Apple und ich freue mich schon, wenn dann meine Daten nächstens ein bisschen näher an meinem Smartphone liegen. Tablet und Computer. Das waren die ersten News für diese Wochen. Ich habe es, hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Gott, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über Kommentare freuen und ja, wir hören uns morgen wieder. Euer Pokipsi, seid fleißig und erfolgreich. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.